Beim letzten Mal waren wir ja verwundert, weswegen die Maps so kurz und knackig waren. Das kennen wir sonst nur, wenn wir unsere Hosen öffnen. Aber wenigstens knackig war. Und wir hoffen, dass es diesmal ein bisschen länger ist. Ansonsten machen wir einfach alle drei Parts, also Abandoned, Chamberscore, Part 3, 4 und 5 machen wir jetzt hintereinander weg, würde ich einfach mal vorschlagen. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Vielleicht werden die ja tatsächlich auch ein bisschen schwerer. Aber so ein kleines bisschen, so ein kleinen Schwierigkeitsgrad Anstieg konnte man ja tatsächlich spüren von 1 auf 2. Du meinst so einen kleinen Anstieg, so einen kleinen Anstieg. So ein Müh. So ein Müh. Müh. Ein glitzekleines bisschen. Ein bisschen, ein klein bisschen. Übrigens auch, hallo. Hallo, richtig. Custom Coop. Richtig. Der customste Coop, seit es Custom gibt. Der customöseste, oder? Stimmt. Schlimm. Ja. Wie wir schon so alt und so lange dieses Let's Pay machen, dass wir nicht mehr wissen, was auf uns so was passiert ist. Das Kleingrad wie Let's Pay. Das mache ich mein Leben lang schon. Das Leben ist ein einziges Let's Pay. Ja, aber später, wenn man älter ist, dann auch ein Let's Earn. Weil dann earnt man ja sich ordentlich was. Respekt oder was? Nö, Kohle. Kohle. Damit man pehlen kann. Na richtig. Der hier Schotter, Asche. Ich glaube, hier schneit das gerade draußen. Wie, wirklich? Ja, so. Also, wenn das Regen sein soll, dann fällt der aber sehr langsam. Vielleicht hat da jemand den Slow-Mo angeschaltet. Wobei das ist halt noch so, ich sag mal, es ist sehr durchmischt, also hat jetzt nichts mit der Kammer zu tun, aber es ist halt gerade tagesaktuelle, also ihr seht das erst in ein paar Tagen, da ist der Schnee schon wieder weg. Das sind halt quasi die Nachrichten von vorgestern. Ja. Was ist heute? Heute ist Tag der Portal-Aufnahme. Heute ist es vor, vorgestern so. Ja. Weiß ich nicht. Vor, ja, vor, vorgestern. Heute ist heute. Heute ist es jetzt, wir leben im Jetzt. Ist das so? Ja, ein bisschen. Bist du dir da sicher? Habe ich gestern drüber nachgedacht, ja. Ja. So. Abandon Chambers, Koop, Part 3. Korrekt. Von Hunter Killer, wieder mal. Frisch importiert aus Sri Lanka. Sri Lanka. Ich würde sagen, wir spielen. Da hat was geblitzelt. Ja, guck mal. Oh, was geblitzelt. Hier ist Strom drauf. Da. Das ist ja auch eine Anzeige. Hast du deine Gummihandschuhe dabei? Nicht, dass du einen Schlag kriegst. Was? Gummihandschuhe reichen die? Weiß ich nicht. Soll ich meinen Knopf drücken? Ne, machst du. Mach du mal. Ich habe schon so viel gemacht das letzte Mal. Oh. Äh. Oh, toll. Nein. Achso, hier kann man gar nicht sterben. Schade. Ähm. Und jetzt? Ah, okay. Da kann man nicht sterben. Das sah wie im Boden aus. Ich hätte dich auch wieder hochholen können, glaube ich. Achso. Ne. Das wäre langweilig. Hier geht es durch. Okay. Soll ich da mal hoch? Ne, rein. Gehst du mal, Bittschi. Da steht ja auch auf den Knopf. So. Das ist anders. Was ist das denn da? Das ist eine schöne Tür. Okay. Ähm. Hier gibt es nichts zu tun. Außer zu ruhen. Außer zu ruhen. Das wird auch nicht alt. Man kann uns immer besser ernst nehmen. Lass mich nochmal raus, bitte. Warum? Willst du dich nochmal overknüpp? Ja, weil ich nochmal gucken möchte, wie hier, wie so die Lage ist. Ich versuch's, aber ich komm nicht jetzt. Weil so richtig? Ach, guck mal. Einer muss dann da durchspringen. Achso. Ich denke mal, das funktioniert. Ne, warte, 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 warte. Der muss, äh... Dann musst du, glaube ich... Dann lass mich nochmal bitte rüber. Es ist schon alles richtig hier. Du musst... Du müsstest da unten einmal und dann hier schräg. Damit man hochkatapultiert werden kann. Kann man doch überhaupt ein Portal setzen. Und dann geht die Reise nämlich direkt weiter. Das ist der abgefahrene Teil dabei. Oh, da kommt tatsächlich ein Portal setzen. Ich komme. Ja. Warte, ich komme. Ich bin fast da. Ja. Es geht los, es geht los, es geht los. Drei, zwei, eins, Launch. Launch? Oh, daneben. Ja, du bist mir ein toller Launcher hier. Jetzt. Woo! Und? Woo! Yay! Siehste? Oh, mein... Meine. Es ist ja unglaublich. Mein Gedankenkonstrukt hat funktioniert. Ich glaube, du... Ne, doch. Achso, ist okay. Ich sollte hier nur stehen bleiben. Bist du noch da? Ach, da oben bist du. Hier, ja. Äh. Ist das richtig? Ich glaube, ich sollte es überhaupt da hin. Du könntest jetzt sogar auch herkommen. Bringt es was? Ne, ne, ne. Ich kann nicht. Der Peter wird aktiviert. Ach, sehr. Auch die Fläche, auf der du stehst. Okay, dann bitte dich bewegen. Warte mal. Kannst du da einspringen? Kannst du... Da oben den Peter hinsetzen? Achso. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das tatsächlich kann. Da, und jetzt? Äh, ein Peter. Ich brauche irgendwie da ein Peter hin. Ja, da kann ich aber nichts machen. Ähm... Du hast den ja. Warte mal, wenn ich... Kannst du mir denn irgendwie umlenken? Darüber denke ich gerade nach. Äh. Ich gelobe es ja nicht. Da oben hast du nichts mitgemacht, oder? Mit der Schräge? Ne, da habe ich nichts mitgemacht. Kannst du da nicht irgendwie rüber? Kannst du da vielleicht nochmal runterspringen? Von deinem Trönchen da oben. Hier? Ja. Äh... Ja... Dass du da... Ich weiß nicht genau, wie... Ich würde da wahrscheinlich selber erstmal gucken müssen. Wenn du da so schräg bist jetzt... Bringt halt nichts, glaube ich. Aber warum gibt es denn die Schrägen da? Ich meine, das ist zwar schön, aber... Ich bin mir da unschlüssig. Ach so, nee, Moment. Genau, genau, genau. Das ist vollkommen richtig. Hast du fein gemacht. So, jetzt kann ich von da vorne nämlich... Von da vorne kann ich nämlich den Peter da umpetern. Wobei... Ach so, ja, 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 so. Wobei, nee, dann fällst du auch runter, sobald du durch das Feld kommst, weil dein Portal der... Nee, doch nicht. Hä? Okay. Entschuldigung, ich habe zu viel nachgedacht. Das passiert mir öfter. Verdammt. Äh... Musst du runter? Ah, nee, warte mal. Das ist ja dein Peter, der mich hierher trägt, ne? Fall einfach mal runter, ja, das ist meiner, genau. Ich fall einfach mal. Aha. Oh, ich sehe dich. Ui. Ah, nee, funktioniert nicht. Scheiße. Wieso nicht? Fuck! Kannst du bei dir denn... Du hast da doch eine Fläche vor dir, da so. Hier so? Ja. Aber kommst du irgendwo rein? Nee, kannst du da noch Dings dran machen? Was? Komm ich denn nicht mit Schwung irgendwie? Na, mit Schwung komme ich eigentlich gar nicht. Ähh... Nee, nee, nee. Einfach genau. Ach so, jetzt ist der Peter natürlich weg. Ach so, jetzt fäng ich natürlich... Ja, so... Das waren wir... Zu weit. Mööö. 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 Zu weit. So weit weg? Ja. Ähm... Oh, das war ich. Das ist cool, ne? Kannst du irgendwo Schwung holen? Ich finde das cool, wie das da so aufklappt. Schwung? Ja, nee, eigentlich nicht. Wie soll ich da zu Schwung kommen? Rauskommt Konnig, komm ich auch nicht mehr. Das ist wirklich so hinweg. Kannst du eigentlich einfach reinrennen, reinspringen und dann fliegst du hier rüber. Ich renne. Hui. Das geht nicht. Nee, nee, nee. Achso, du warst jetzt aber hier drüben, oder was? Verdammt, dann hätte ich... Nee, das geht nicht so wirklich. Der Peter ist ja weg. Hast du bei dir auf der anderen Seite noch irgendwas? Irgendwelchen Stuff? Irgendwelche fancy Stuff? Nee, kannst du von da oben da reinspringen? Von wo? Nee, wie soll das denn gehen? Von da? Ich komm da nicht mal hoch. Wenn ich das nicht hier... Ja, wenn ich das so mache hier, aber dann... Genau, und dann setze ich, sobald du springst, setze ich da... Du meinst, du musst das sein? Nö, glaub ich nicht. Ich auch nicht. Äh, nein, zu früh. Du bist immer zu früh. So. Das war genau falsch rum. Aber wie komm ich da jetzt wieder rüber? Gute Frage. Nicht, dass wir jetzt den kompletten Fortschritt hier zurücksetzen müssen. Nö, weil du kannst sicher auch darüber springen. Achso, stimmt. Du kannst ja auch darüber springen. Stimmt, ja. Wir hätten beide darüber springen können. Ah, 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 ah. Aber der ist jetzt aber der Dings nicht. Ach, warte, warte. Kann ich jetzt den Schwung da mitnehmen? Oh, Tatsache. Ich glaube schon. Äh, muss ich nochmal sterben? Juhu. Wee. Machst du mir denn mal, ähm, Portale? Vielleicht. Wohin? Hör auf deinen Armen oder so. Weiß ich nicht. Lass es auch dein Schenkel sein. Ähm, wo kannst du denn? Gehst du nochmal nach vorne? Ah, nee, kannst du ja gar nicht. Du kannst ja nicht nach vorne gehen. Äh, nee. Warte mal. Du hast doch doch ein Loch drinnen da oben. Kannst du ja vielleicht da... Ich komme ja da an der gegenüberliegenden Wand da raus. Da rechts. Komme ich da ran? Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht so richtig, wo die... Warte, muss ich so tiefer sein. Pleasure ist. Ups, nee, da nicht. Da unten. Die ist schon einigermaßen tief. Oh, ja. Sehr gut. Also, okay. Dann musst du dir jetzt eigentlich passen. Das Rote... Kannst du das Rote zu dir da stellen? Zu dir da vorne? Ja, stimmt. An die Pleasure. Das macht Sinn. Eww. Uah. Hey! Au, was? Was war das? Lass deine mal da. Das kriege ich hin. Ich muss mich nur drücken wahrscheinlich. Aua. Hätte ich auch ohne sterben zurückgehen können? Nee, ne? Au. Das ist ja blöd. Ich mag es nicht, wenn ich sterben muss. Habe ich noch nie erwähnt, ne? Nee. Nee, nee. Drücken! Jetzt! Was? Du bist zu hoch. Äh, zu tief. Ja. Ich mag es auch. Kann ich meinst irgendwie tiefer setzen? Weiß ich nicht. Wäre schön. Oh ja, schön. Das ist fein. Danke. Ich mag es, wenn du so tief bist. Ich meine, wenn du so tief gehst. Jaja, es ist, äh... Kann halt auch nicht jeder, ne? Mhm, mhm, mhm. Verstehe. Will auch nicht jeder. Oh, hip! Hüah! Jetzt kommt er! Da kommt er und da kommt er! Oh mein Gott, da ist er! Es ist ja nicht zu fassen direkt zum Ausgang. Herrlich! Er ist da! Siehst immer aus wie eine Spinne, wenn du an eine Wand klatscht. Das stimmt. Jo. So. Aber es ist tatsächlich so, dass die nach und nach schwieriger werden, die Dinger. Das wäre auch blöd, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, jedes... Es gibt ja immer diese Spannungskurven da. Und dass man die Schwierigkeit hier erhöht. Das wäre langweilig. Das wäre total sinnlos, wenn man irgendein Rätselspiel macht. Und am Anfang ist es knülleschwer, dass direkt 80% der Leute das nicht mal schafft. Und danach wird es erst einfach. Und dann langweilen sich die restlichen 20%, die am Anfang diese schwere Aufgabe gemacht haben. Das wäre total dämlich. Das wäre tatsächlich total dämlich. Wollen wir direkt nochmal die nächste hinten ran machen? Wir können gerne hinten noch was ranhängen, ja? Klar. Komm, wir machen nochmal die nächste hinten ran. Und die letzte wird dann bestimmt so schwer, dass wir die alleine in einer Folge machen müssen. Das wissen wir nicht. Es kommt schon wieder die gleiche Ansage. Nächste Testkammer. Naja, Start-Tastkammer. Bunden Chambers Coop Part 4. Yes. Jetzt seht ihr auch mal diese unfassbar spannenden Ladebildschirme, die wir immer extra für euch rausschneiden. Ja. Die müssen wir jedes Mal aushalten. Das ist so eine Lebenszeitverschwendung. Ich kenne die Blaupause mittlerweile schon auswendig. Ich könnte mir jetzt da einen Roboter davon nachbauen. Ja. Hallo. Hallo. Das ist ja toll. Das sieht aus wie eine, die wir schon mal gemacht haben. Das sieht tatsächlich so aus wie eine. Zumindest vom Design her. Ja, aber nee. Nee, das ist eine andere. Aber vom Design her sieht es so ähnlich aus. Wir haben ja extra kontrolliert, dass wir die noch nicht gemacht haben. Die Abandoned Chambers. Richtig. Also du hast es kontrolliert. Ich weiß nicht. Ich vertraue dir da blöderweise mal. Ja, ich habe bei meinen Videos einfach mal Abandoned eingegeben und da war niemand Abandoned. Meine heißen ja gar nicht so, wie die Kammern heißen. Wenn ich die Offerplatte habe. Also auf dem Kopf. Auf dem YouTube-Kanal sind wir natürlich richtig. Das bringt nichts. Nee, ich mache einfach trotzdem mal hier ein paar so. Ja, ist ja gut. Möchen Kram. Kommen wir da, kommen wir da, kommen wir da vielleicht rüber. Kommen wir da, kommen wir da. Ach so, wahrscheinlich müssen wir das Zeug wieder drin transportieren, die Pampe. Da oben ist der Ausgang übrigens. Ja. Ich kann gerade, ich kann nicht zeigen, wie? Warum kann ich gerade nicht zeigen? Ich weiß nicht, wie zeigt man nochmal? Mein F geht nicht. Bei mir geht mein Q auch nicht. Mein F und mein Q geht nicht. Oh nein. Gut, dass es I geht, sonst hätten wir keinen IQ. Guck mal, Würfel. Au. Ach ja, stimmt. Ich habe mich schon gewundert, was da so gequietscht hat. Da müssen wir aber, da muss aber ein Peter hin, glaube ich, da oben. Ja, da gucken wir mal. Ich kann nicht zeigen, was ist das für ein Quatsch? Und machen wir mal hier. Warum? Aber Portale funktionieren, ne? Ne, 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 da muss ein Peter hin. Das so. Soll ich das mal so machen? So. Schlungs. Oder muss das so sein? Vermutlich nicht. Hä? Ich habe das gerade anders gedacht, glaube ich. Das kann sein. Wie weit fliegt denn der, wenn der da unten gegen knallt, gegen die Fläche? Ja, nicht allzu weit, ne? Warten Sie mal. Können wir da nicht irgendwie rüber? Ne, so fliegt das nicht. Ach, jetzt liegt der da. Ist ja auch gut. Aha. Das ist ja blöd. Ich glaube, so ist es nicht gedacht hier. Ne, 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 ne. Da, genau, mhm. Oh, hast du den kaputt gemacht? Flieg, nein. Er fliegt nicht weit genug. Warte mal, ich muss mal eben hier testen. Ich bin immerhin ein Testkammermensch hier. Das bringt auch nichts. Ach so, warte mal. Wir können ihn wahrscheinlich voll blubbern mit dem blauen Zeug. Hier mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, da oben, ich kann es nicht zeigen. Genau. Ich drück mal. Jetzt ist, der Ball soll ja nicht komplett voll sein. Und, schmängeln, doch. Nein. Jetzt kommt er ja nicht rüber. Doch, ist alles richtig. Der, 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 der soll dann nur einmal rüber plümpeln. Der soll ja selbst nicht so lebendig sein. Stimmt, wir können den nicht abwaschen, verdammt. Ne. War vielleicht ein bisschen blöd. Nein, war es nicht. Das war total schlau von uns beiden. Wo soll denn der eigentlich hin jetzt? Äh, da oben so. Egal, wir müssen hier ihn zerstören, weil er uns immer wieder weg springt. Ich kann nicht zeigen, das ist blöd. Ja. Hey. Größer. Kleiner Schleimklumpen, du. Ich meine, den Würfel. Gut, dann hau ihn weg. Zerstör ihn! Das ging aber auch gut. Okay, machen wir es nochmal. Gut. Ich drück aber. Äh, vielleicht, der, der, der müsste direkt zu uns fliegen eigentlich. Nee, gar nicht. Stimmt. Ähm, wo muss das Ding hin? Da hinten. Vermutlich. Ist echt komisch, wenn man dich zeigen kann. Das ist man so gewohnt. Ja. Die letzten 3000 Folgen hier. Ähm, also wir können uns den hier rüberholen. Nur bringt uns das was. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal eher weniger. Das hier wird ja wahrscheinlich eine Bridge sein, die da rausfährt. Ne? Hier vorne. Hm, davon gehe ich auch aus. Problem ist, da kommen wir gar nicht hoch, glaube ich. Nee. Die ist zu hoch. Joa. Wobei dieses Ding anscheinend hoch und runter fahren kann. Hm. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die auch ein bisschen schräg angebracht. Das kann ich mir jetzt vorstellen. Das kann auch sein. Das wir da einfach wie auf eine Rampe hochfahren können. Dass das quasi unser Rollstuhlaufgang ist. Aber Schwung holen kann man auch nicht, ne? Nee. Nö. Ähm. Ich bin gerade ein bisschen, äh. Aber auch nur ein bisschen. Können wir nicht, also die Blubberpampe können wir aber auch nirgendwo sonst reinschmeißen, ne? Nee. Das Schwabrumgel. Schwabrum? Boah, das kann man mit die Peter machen. Aber warte mal, was ist denn hier mit? Ja, da ist nix mit. Soweit ich das gesehen habe. Ja, das geht auch nicht. Das habe ich schon probiert. Mist, das Blubberpampe. Ja. Ja. Selbst kommen wir auch in kein Portal rein. Das ist das Problem. Na, eben. Ha. Äh. Ha. Ha. Äh. Woher ist der ab? Nee, ist auch Quatsch. Aha. Ah, natürlich. Ja, aber gut. Also schön, dass es so natürlich ist, aber. Können wir hier was Blaues drauf machen? Jetzt können wir da was Blaues drauf machen? Und da hinten. Dementsprechend können wir halt jetzt da einfach rüberspringen. Ach, okay. Ah, verstehe. Na. 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 Ach so, doch. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Konstruktion? Ja. Ich geh da mal hin, ne? Ich geh da mal hin. Ja, hier muss der Würfel drauf und dann müssen wir wahrscheinlich... Ach, da muss Pampe hier ran. Ah, natürlich. Achso, von da oben. Also wir brauchen den Würfel. Mach die Pampe. Ich geh mal zurück. Ja. Und hol mal den Würfel. Was war das? Was machst du denn? Ich bin gegen den Peter gestoßen. Und dadurch bin ich weitergesprungen. Ach, da oben. Aber, 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 aber. Ne, das ist falsch. Ja, ich muss mir mal eben den Peter schnappen, weil ansonsten kriegen wir die Würfel nicht. Ja, ne, aber wie soll man das Zeug hier an die Seite kriegen? Äh, da oben. Ach, da oben über dem Mausgang, glaube ich. Aber das geht nicht, dass wir das da auf beiden Seiten dazwischen haben. Das geht ja auch nicht. Wir kriegen das schön, ich glaub da dran. Ich glaub da dran. Dran. Ich glaube nicht. Äh, Würfel. So, Würfel. Und, verdammt. Kannst du mir den direkt hier rüber setzen? Ne, ne? Ne. Du, wir brauchen dich hier. Ja, man braucht immer mich. Ich mein, ich bin, äh, also es geht auch ohne mich, aber es ist immer schön, wenn ich mit dabei bin. Ha! Oh. Ich hab ihn noch mit, äh, mit dem Unterkiefer in den, äh, in den Rand gebissen. Wieso bist du nicht einfach rüber gelaufen? Gesprungen? Wieso gelaufen? Ja, bin ich doch. Ne, ich mein, äh, wo? Was? Ich bin von da oben? Ja, das ist ja langweilig. Da und da oben. Das ist doch blöd. Ja, äh, du wolltest, du wolltest, äh, was wolltest du? Einfach den Würfel dir herbringen. Genau da und ganz oben. Ja, oder da. Ist auch egal. Ach, von da oben kann man noch pumpen. Okay. Hier ist der Würfel. Das ist ja schön. Soll ich den nochmal rüberbringen, so? Dann pumpen wir da. Ja, bring den mal rüber. Ho, ich schau. Husser. Hester. Ach, so ist schön. Ja, genau. So, wir können da so pumpen. Aber, ah, oh. Der ist ja mal fix richtig rein. Das ist ja schön. Jetzt von der... Aber das Problem ist, äh... Nee, 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 die Brücke muss gleich erst sein. Erstmal müssen wir die andere Wand hier an... Ja, genau, genau. Wahrscheinlich hier so. Nee, das reicht ja auch nicht. Äh... Nee, kannst du das noch... Kann man das irgendwie umlenken? Das Zeug. Durch die Schräge... Durch die Schräge da vorne. Warte, warte, warte. Äh... Kannst du da oben was hin machen? Na, da so. Da, wo ich jetzt hingemacht hab. Was denn? Sowas? Ja. Das ist... Ist da eine Fläche? Nee, da ist keine Fläche drunter. Wieso? Warum ist da keine Fläche? Hallo, meine schöne Theorie. Äh... Nein! Wie bekommen wir das Zeug da ran? Wie bekommen wir das Zeug an die Wand? Wie bekommen wir das Zeug an die Wand? Ja. Ähm... Da zeigt ja... Geht der Peter da nicht oben raus vielleicht? Da so... Irgendwie... Der Peter geht da oben raus? Ja, kann man den irgendwie voll besoßen? Ja... Kann man... Ich glaube ich ja fast nicht. Ja, doch kann man. Echt? Wie denn? Ah! Oh! Äh... Dann darfst du mal fallen lassen. Kann ich nicht. Kannst du nur. Ja! Fein! Schön! Oh! Oh! Dann lege ich den Klops mal hier wieder drauf. Mach das mal! Ja! So! Der ist sogar... Ach, ist der super! Sollst du nur noch in der Mitte bleiben? Kommst du rüber? Boing! 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 Und boing! Schön! Fand ich gut! Muss man sagen, äh... Das Niveau steigt! Hä? Also nicht bei uns, aber bei den Kammern. Okay, ich muss drüber anfangen. Boing! 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 Es ist, als wärst du ein Gummibärchen. Ist schon vorbei? Ja! Ist schon vorbei? Ja! Gummibärchen. Aber wenn er jetzt bei der letzten Kammer dann nochmal angezogen hat, oder sich angezogen, je nachdem, dann machen wir da aber auch ne einzelne Folge draus. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Wir müssen... Das ist... Ja, ne? Ja, ne? Müssen wir hier halt das Abandon-Wochenende machen. Oh, ja. Total cool. Abandon ist das verlassene Wochenende. Ja. Ich hoffe nicht so kurz vor Weihnachten. Hm. Irgendwie traurig. Ja. Irgendwie depressiv. Es verbreitet eine depressive Stimmung, das verlassene Wochenende. Vor allem, weil noch gar kein Wochenende ist bei uns. Stimmt. Bei euch schon. Bei euch ist gerade Samstag. Ist das nicht toll? Ihr habt Samstag wieder Mittwoch. In dem Sinn. Wir verlassen. Uns geht's so schlecht. Da hilft auch die Millionen von YouTube nix. Was? Wo? Ach nee. Ach nee. Da hab ich dir gar nicht gesagt, ne? Was? Ich hab deine Hälfte einfach mit eingestrichen. Ist egal. Ach so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bei Portal 2. Wir müssen jetzt schnell zu Ende machen. Warte mal. Da müssen wir jetzt aber gleich nochmal drüber reden. Nee. Tschüss. Was? Was? Was?